Wir kommen alle zur letzten Vorführung in unserer Retrospektive zu Luis Buñuel, zum großen spanischen Filmemacher, der aber auch Filme nicht nur in Spanien, sondern auch in Mexiko, Frankreich und anderen Ländern gemacht hatte. Das ist die letzte Vorführung der Retrospektive. Es ist auch der letzte Film in Buñuel's Werk, Cet Obscur Objet du Désir, dieses obscure Objekt der Begierde, von 1977. Also ein Film, der kurz vor seinem Tod gemacht wurde. Wir haben das Glück, wir kennen das Format von Lecture und Film, wir haben zuerst einen Vortrag und dann den Film und dann nach dem Film natürlich das große Highlight des Abends, das Gespräch mit dem Publikum nachher, also wo ihr die Gelegenheit habt, Fragen zu stellen, Bemerkungen zu äußern und so weiter mit Hilfe unseres Gastes heute. Wir sind aber nicht fertig mit Buñuel. Es wird auch weitere Sichtungen von Buñuel filmen in den kommenden Wochen. Also ich glaube noch sechs Filme, vor allem von seiner mexikanischen Periode. Werden zu sehen im Filmmuseum in den kommenden Wochen, also im Juni und Juli. Also wenn ihr weitermachen möchtet mit Buñuel, gibt es da die Gelegenheit. Und Lecture und Film wird auch nach einer Pause für den Sommer weitermachen, ab Oktober 2023, wo wir uns dann den Filmen von großen indischen Regisseur Satyajit Ray widmen. Also das ist die große Bekanntmachung, dass Satyajit Ray der Fokus für die nächste Reihe von Lecture und Film sein wird. Also wir freuen uns alle drauf, ich vor allem. Das ist eine große Gelegenheit, die Firma von Satyajit Ray kennenzulernen, wie ihr schon die Firma von Luis Buñuel kennengelernt habt. In den ungefähr 15 Vorführungen, die wir gemacht haben im letzten Jahr, also seit Oktober bis heute, mit unterschiedlichen Gästen von der ganzen Welt. Und wir können heute Arnaud Duprat willkommen heißen von Rennes in Frankreich, wo er Professor in der Hispanistik ist und in der Filmwissenschaft. Arnaud Duprat, ich sage nur ein paar Worte zu seinem Leben. Er hat seine Doktorarbeit zu den späten Filmen von Luis Buñuel geschrieben in der Universität Paris-Witt. Aber seine Begegnung mit den Filmen von Luis Buñuel ist viel früher vorgekommen. Schon, wie er mir gerade beschrieben hat, schon 1993 bei einer Retrospektive von Luis Buñuel in der Cinematheque Française, wo er viele Firmen und vor allem die späten Firmen von Luis Buñuel zum ersten Mal kennengelernt hat. Ich glaube, also ich hoffe, dass es vielleicht in unserem Publikum künftige Arnaud Duprat geben wird, die auch so eine Leidenschaft entwickelt haben für die Firma von Luis Buñuel, auf der Basis von den Firmen, die wir haben, zeigen können in dieser Retrospektive. Diese Leidenschaft, vor allem für die späten Firmen von Luis Buñuel, hat sich manifestiert, nicht nur in seiner Doktorarbeit, sondern auch in der Monografie La Dernier Buñuel, also die späten Buñuel-Firmen. Und heute wird Arnaud Duprat uns zum allerletzten Buñuel sprechen, Set Obscur Objet de Desir. Und kleiner Hinweis, also Arnaud Duprat wird auf Französisch sprechen, sein Vortrag wird ungefähr 30 Minuten dauern, aber das heißt eigentlich eine Stunde mit der netten, konsekutiven Übersetzung ins Deutsche von Maigrit. Also das Format wird ungefähr eine Stunde für den Vortrag, mit der Übersetzung dann eine 10-minütige Pause, dann Filmstart und nach dem Film gehen wir direkt ins Publikumsgespräch. Also bitte, Arnaud Duprat. Merci beaucoup et désolée de ne pas pouvoir parler allemand ce soir, mais bon, j'ai une aide précieuse qui va beaucoup m'aider. Also, guten Abend, meine Damen und Herren. Es tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt hier keinen Vortrag auf Deutsch halten kann, aber ich habe hier eine Dolmetscherin. Ja, und ich wurde gebeten, also wie ja auch schon gesagt wurde, heute über Buñuel's letzten Film, dieses obskure Objekt der Begierde zu reden. Der Film stammt aus dem Jahr 1977. Alors, il faut savoir que même si c'est un Film de 1977, c'est un projet ancien pour Luce Buñuel, parce que tout d'abord c'est l'adaptation d'un roman qui s'intitule La femme et le pantin de Pierre Louis, un roman français, et qui était une des lectures favorites de Buñuel pendant l'époque sur Realiste. Ja, wenngleich also dieser Film der letzte Film Buñuel's ist, so ist es doch nicht so, dass, also der Film, der geht also auf ein früheres Projekt zurück, also er hat sich lange mit diesem Projekt, hat das mit sich herumgetragen und das Projekt, oder es basiert auf der Lektüre von einem Film von Louis, Pierre Louis. Pierre Louis. Die Frau und der Hampelmann. Und diesen Roman, der Buñuel sehr begeistert hat, den hat er schon in seiner surrealistischen Phase, also eigentlich so in der Anfangszeit seines Schaffens, entdeckt. Et Buñuel avait le projet d'adapter au cinéma La femme et le pantin déjà dans les années 1950. Ja, und bereits in den 50er Jahren hat er also versucht, diesen Roman, die Frau und der Hampelmann, ja, zu verfilmen. Und eigentlich hätte also dieser besagte Film über die Frau und den Hampelmann der dritte Teil einer Trilogie werden sollen. Und zwar gibt es da also den Film L, er und le deuxième c'était... La vie criminelle d'Archibaldo Cruz. Ja, und diese Trilogie, da sollte es um die verrückte Liebe gehen und die verrückte Liebe so im Sinne der surrealisten. Donc, dans les années 1950, il avait écrit une première adaptation qui, selon lui, était très classique et qui était vraiment une adaptation fidèle du roman de Pierre Louis. Et selon Louis Buñuel, le film ne s'est pas fait, parce que lui, il voulait dans les rôles principaux, Vittorio de Sica et Jeanne Moreau. Et le producteur voulait Cary Grant et Brigitte Bardot. Ja, und der Film kam nicht zustande, weil man sich also über die Schauspieler, also die Rollenbesetzung, nicht einigen konnte. Also, einer wollte Vittorio de Sica et Jeanne Moreau. Und den anderen, die wollten Brigitte Bardot et... Cary Grant. Cary Grant, ja. Et d'ailleurs, le film, il y a eu une adaptation de La Femme et le Pantin avec Brigitte Bardot en 1959 qui a été finalement réalisée par Julien Duvivier. Ja, und dieser roman, Die Frau der Habelmann, die wurde dann 1959 verfilmt und auch also mit Brigitte Bardot, allerdings nicht von Buñuel. Donc, la situation de cet obscur Objet du Désir est la même que Tristana, puisque Tristana aussi était la récupération d'un projet des années 1950. Ja, und eigentlich passiert hier mit diesem Film, also das obscur Objekt der Begierde, das gleiche wie mit Tristana. Also, Tristana wurde dann... Also, ursprünglich sollte das in den 50er Jahren realisiert werden, was auch nicht geklappt hat und dann wurde es später wieder aufgegriffen. Dans les années 1970, Buñuel a fait une nouvelle adaptation de La Femme et le Pantin. Il n'est pas du tout parti du scénario des années 1950. Ja, und in den 70er Jahren, also, hat er einen neuen Film, also erst mal ein neues Drehbuch konzipiert, sich dabei aber ziemlich weit von dem ursprünglichen Drehbuch entfernt. Et il a fait cette adaptation avec son co-scénariste de tous ces derniers films français, c'est-à-dire Jean-Claude Carrière. Ja, und dieses zweite Drehbuch, das ist also in enger Zusammenarbeit mit Jean-Claude Carrière entstanden und Jean-Claude Carrière ist derjenige, der also gerade in den letzten Filmen und vor allem in den Filmen, die in Frankreich gedreht worden sind, hat er oft also mitgearbeitet als Co-Autor bei Drehbüchern. Und dieser besagte Roman von Pierre-Louis, der spielt in Spanien zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, und wie gesagt, also es gibt nicht nur eine zeitliche Verschiebung, also bei Pierre-Louis war der Roman Ende des 19. Jahrhunderts angesiedelt und auch in Spanien. Und bei Buñuel ist ein Frankreich angesiedelt und der Protagonist ist also auch kein Spanier mehr, sondern ein Franzose namens Matthieu. Und so ist es eine freine Adaptation, in der man sich die Universität des derniers Films von Buñuel befindet, c'est-à-dire qu'on voit eine société qui ist au bord du Chaos, avec beaucoup d'actes de terrorisme. Und c'était des choses qu'on voyait déjà dans Le Charme d'Isra de la Bourgeoisie und dans Le Fantôme de la Liberté. Ja, und es ist also ein Film, der sich also viele künstlerische Freiheiten herausnimmt. Es hält sich also nicht sehr eng an den Roman. Es gibt also viele Szenen des Terrorismus und auch Kritik, wie man sie ja schon aus früheren Filmen kennt, an der Bourgeoisie. Und der Prinzip schénaristische von diesem Film ressemble an der Charme d'Isra de la Bourgeoisie, denn in Le Charme d'Isra de la Bourgeoisie, es ist eine action répätitive. Die Person wollen dîner und sie nicht nirr. Hier ist es die Geschichte eines Menschen, die sich mit einer Frau, und sie nicht nirr. Und es ist die Repätition der Situation, die Strukturen der Szenen. Ja, und so was das erzählerische Prinzip angeht, so kann man sagen, das ist eine bestimmte Ähnlichkeit oder dass dieses Erzählprinzip bereits in dem Film der diskrete Charme der Bourgeoisie angewandt worden ist. Also, um es kurz zu machen, man will eigentlich etwas machen, also im Charme, dem diskreten Charme der Bourgeoisie will man also essen und da kommt immer was dazwischen. Und hier in dem Obscuren Objekt der Begierde ist es so, also da geht es um eine Liebe und Leidenschaft und ja, man kann sie nicht leben. Und es ist sehr schwer. Ja, und der Produzent des Filmes ist also von der französischen Seite her Jean Silbermann und der hat also auch die letzten Filme von Welles produziert. Und diesmal war auch eine Co-Produktion mit Spanien möglich, weil, sie erinnern sich, also Franco ist 1975 gestorben und das hat dann auch diese Co-Produktion zwischen Frankreich und Spanien ermöglicht. Und das Film ist auch mit der gleichen Equipe, mit den anderen Filmen und den anderen Filmen mit, in plus als assistant, den eigenen Fils von Louis Buñuel, es ist Juan Luis, die hat bereits gearbeitet als assistant von seinem Pär sur d'autres Films et qui est devenu à nouveau assistant sur celui-ci parce que son père se sentait très vieux et voulait son fils avec lui sur le film. Ja, und dieser Film wurde im Grunde genommen mit der gleichen Mannschaft produziert wie auch die vorherigen Filme, mit einer Ausnahme, also Bonoël hat sich halt schon ziemlich alt gefühlt und er wollte daher unbedingt, dass sein Sohn auch mitmacht und der Sohn hat es auch gemacht. Alors, le film est resté dans les mémoires puisque c'est un film où vous avez deux actrices pour un seul et même rôle. Ja, und der Film ist also auch, man erinnert sich auch heute noch sehr stark an den Film, weil es gibt eine Besonderheit für eine Rollenbesetzung gibt es zwei Schauspielerinnen. Alors, Jean-Claude Carrière a raconté que c'était une idée que Buñuel avait eue vraiment à l'origine de l'écriture du scénario. Ja, und Jean-Claude Carrière hat erzählt, Buñuel hätte diese Idee, also mit den zwei Schauspielerinnen für eine Rolle gleich zu Anfang beim Drehbuchschreiben gehabt. Parce qu'il pensait que l'héroïne qui s'appelle Conchita était une héroïne irrationnelle et qu'elle était tout et son contraire. Et donc, c'était pour lui une bonne idée qu'il y ait deux actrices. Ja, und da nach Buñuel's dafür halten Conchita ja doch eine sehr irrationelle Figur ist, also die man wenig mit Kategorien der Logik fassen kann, dachte er, also Buñuel sei eine gute Idee diese Rolle mit zwei Schauspielerinnen zu besetzen. Mais très vite Luiz Buñuel a pensé que c'était eine fausse bonne Idee et dans un premier temps il a abandonné l'idée et il est revenu à l'idée d'une seule actrice pour le rôle. Ja, und dann hat er diese Vorstellung bald, also Buñuel bald wieder fallen lassen und dachte naja eine Rolle eine Schauspielerin. Alors, le casting du personnage de Conchita a été chaotique. Ja, aber dann gab's ein chaotisches casting für die Rolle von Conchita. Il a d'abord pensé à Isabelle Adjani puisqu'il avait vu avec Jean-Claude Carrière le film de François Truffaut L'Histoire d'Adèle Hache et il avait apprécié Isabelle Adjani et donc il avait contacté Isabelle Adjani pour lui proposer le rôle. Ja, und so die erste Schauspielerin die Buñuel so im Auge oder im Kopf hatte war Isabelle Adjani er hatte also einen Truffaut film über also wo sie die Hauptrolle gespielt hat gesehen und war von ihr ganz angetan aber sie wollte nicht. Mais Isabelle Adjani oder sie diese Rolle nicht spielen wollte das hängt also auch mit den Naxx-Szenen zusammen die sie hätte spielen sollen und was sie auf keinen Fall wollte. Und und so als Nächste die man so im visier hatte das war Maria Schneider und die war damals bekannt weil sie in dem letzten Tango von Bertolucci gespielt hat Profession Reporter und die zweite ist die Reporterin Antonioni De Antonioni und so le tournage a commencé avec une seule actrice donc Maria Schneider und das ist sehr mal passiert Bunuel a été déçu de Maria Schneider und au bout de quelques jours er a décidé d'arrêter le tournage ja und wie gesagt dann gab's so proben mit Maria Schneider und die verliefen aber sehr schlecht also man ein paar Tage gedreht und dann war's das Il était question d'arrêter définitivement le tournage et c'est Juan Luis son fils et l'autre assistant réalisateur qui s'appelait Pierre Larry qui ont décidé de contacter deux autres actrices que Buñuel avait déjà vu pendant le casting et qui sont donc les deux actrices du film c'est à dire Carole Bouquet et la Molina Ja Ja und wie gesagt die Sache mit Maria Schneider das hat nicht geklappt dann haben also Bunuel Sohn und noch ein anderer Mitarbeiter die haben dann wieder weiter gesucht und dann ist auch diese Idee dass das zwei Frauen sein sollten für eine Rolle wieder ins Gespräch gekommen und wurde dann auch für den Film den wir gleich sehen werden umgesetzt und die beiden Frauen die also Conchita spielen das ist Angela Molina und Carole Bouquet voilà elles ont toutes les deux passé un casting sur une des scènes emblématiques du film c'est à dire la scène de la grille qui se situe vers la fin du film ja und beide also die mussten auch ein casting absolvieren und es ging also beide haben also eine der letzten scéne des filmes gespielt et Bunuel a vu les deux essais et il est revenu à son idée première et il a décidé d'engager les deux actrices pour le même rôle de Conchita ja und Bunuel hat sich das Ergebnis des also die filmproben angeschaut und hat dann gesagt okay wir nehmen also für Conchita zwei verschiedene Frauen Alors ce qui est intéressant c'est que Carole Bouquet et Angela Molina proposent deux modèles féminins assez opposés mais qui en même temps rejoignent assez les modèles que proposaient Isabella Gianni et Maria Schneider Ja Ja und wenngleich also die beiden Frauen also so verschiedene Aspekte des Frauenseins verkörpern also auch die ziemlich weit auseinander liegen so kann man doch sagen dass sie gar nicht so weit entfernt sind weder von der ursprünglichen Besetzung von Maria Schneider noch von Isabella Gianni Ja und dann wurde natürlich auch sehr bald diskutiert wer jetzt was also wer dieser beiden schauspielerin was spielt parce que Bunuel ne voulait pas que la chose prenne une dimension symbolique weil Bunuel auf kein also er wollte keinen Fals dass das also so symbolische Komponente bekommt und die repartition des scènes s'est faite au hasard avec eine seule obligation l'obligation de donner les scènes où le personnage danse le flamenco a Angela Molina puisque sie danseuse de flamenco Ja und die ganz also jetzt wer was spielt das wurde dem zufall überlassen die einzige Ausnahme waren die flamenco scénen also die hat Angela Molina übernommen weil sie flamenco tänzerin ist und da eine französische und eine espagnole wurde also eine seule voix auf den personen und es gibt es drei drei Frauen in dem Film, weil es gibt noch eine dritte Schauspielerin, also die den Sprecherpart übernommen hat und die beiden Frauen, die beiden anderen Schauspielerinnen gesprochen hat. Ja, und da, Bunuel. Bunuel ja wirklich Hörprobleme hatte, also konnte er die Synchronisierung auch nicht mehr selbst vornehmen, sondern hat es also seiner Mitarbeiterin überlassen, die also dann das Ganze übernommen hat. Voilà, Hélène Plémyanikoff raconte que ça a été un gros travail, puisqu'en fait il fallait conserver l'individualité de chaque actrice et en même temps créer l'unité pour le personnage. Ja, und die Frau, die hat erzählt, das Ganze wäre also schon eine große Herausforderung gewesen, weil man musste ja einerseits, es konnte ja nicht so eine Einheitsstimme geben, sondern man musste einerseits die Individualität der Figuren wahren und andererseits aber auch das Ganze gut synchronisieren. Ja, und es ist so, dass viele Zuschauer haben überhaupt nicht gemerkt, dass es also zwei verschiedene Schauspielerinnen für diese eine Rolle gab, und das haben sowohl Jean-Claude Carrière, der co-drehbuchautor, als auch Bunuel's Sohn immer wieder so als Anekdote erzählt. Ja, am Anfang dachte ich ja, es kann ja wohl nicht sein, dass niemand, oder dass man nicht merken würde, dass das jetzt zwei Schauspielerinnen sind. Ja, aber als ich dann an der Uni eine Studentin hatte und wir hatten uns zusammen den Film angeschaut, und die hat dann auch nicht gemerkt, dass es zwei verschiedene Schauspielerinnen sind. Ja, und jetzt, abgesehen von diesen ganzen Casting-Anekdoten und Geschichten, möchte ich ja auch noch darüber sprechen, dass es also wirklich jetzt der allerletzte Film Bunuel's war. Ja, also, er hatte, es war jetzt zwar sein letzter Film, aber das heißt nicht, dass er nicht noch weitere Filmprojekte gab, also, er hat mit Jean-Claude Carrière in einem weiteren Projekt über Terrorismus, ja, also haben sie konzipiert, und es hieß Argon oder der Terrorismus. Und er hatte auch noch ein ganz berühmtes Theaterstück von García Lorca, das Haus von Bernarda Alba, ja, verfilmen. Lorca, qui était un ami de l'Université de Bunuel. Ja, Lorca und Bunuel, die kannten sich also von der Uni, also die waren Kommilitonen gewesen. Ja, und dieses Projekt über García Lorca, also mit García Lorcas Theaterstück, das wollte er mit Angela Molina machen, also die jetzt hier in dem Film vorkommt, und mit Sophia Lorrain. Ja, wenn man sich aber dieses Obscure Objekt der Begierde, also wirklich sehr aufmerksam anschaut, dann kann man verschiedene Elemente entdecken, die darauf finden, deuten, dass es also wirklich sein letzter Film sein würde. Tout d'abord, parce qu'il y a un retour aux sources surréalistes de l'œuvre de Louis Bunuel. Zum einen, weil also Bunuel hier wirklich, also zu den Quellen des Surrealismus zurückkehrt. De la même façon qu'on a souvent commenté que la fin de l'avant-dernier film, Le Fantôme de la Liberté, faisait référence à la première scène du deuxième film, L'Âge d'Or. Ja, und so wie man ja auch bei einem anderen Film gesagt hat, also dass auf den zweiten Film das goldene Zeitalter zurückverweist. Ici, la dernière scène, donc de ce dernier film, fait plusieurs références à son tout premier film, Un chien en d'alou. Und so kann man also auch hier feststellen, dass also gerade im letzten Teil des Filmes, es passagen gibt, die auf seinen allerersten Film, Un andalusischer Hund verweisen. Voilà, bon, vous verrez, dans la dernière scène, il y a plusieurs thèmes, c'est-à-dire, par exemple, le couple qui est voyeur à travers une vitre. Il y a un tissu déchiré et qui est recousu et qui peut faire référence à la première scène d'un chien andalou avec l'œil qui est coupé. Ja, und also hier in der letzten Szene des Filmes, da gibt es also ein Paar, das also so voyeuristische Tendenzen hat. Es gibt einen Stoff, der zerrissen wird und da kann man also Anknüpfungspunkte haben, also zu diesem andalusischen Hund, wo also das Auge, also zu dieser Szene, wo das Auge zerschnitten wird. Ja, und wieder im letzten Jahr, Im letzten Teil des Filmes hier, da gibt es ja eine Explosion, da könnte man fast meinen, also so der ganze Film würde in die Luft gejagt werden. Und dazu gibt es also auch Parallelen in diesem allerersten Film. Ja, und die Surrealisten, laut Buñuel, hätten ja auch sagen können. Also es ist auch ein surrealistischer Akt, wenn man sein eigenes Werk zerstört. Also es muss ja nicht so der Nachkommenschaft überlassen bleiben, sondern es ist ein Akt der Freiheit, wenn man es zerstört. Ja, und es gibt also auch noch in der Figur selbst der Conchita, gibt es ja auch schon terroristische Elemente oder so dieses Aufständischen Elemente. Also, parce que Conchita, dans l'adaptation de Buñuel, présente une posture face à la société qui relève assez d'une posture anarchiste. Ja, und Conchita, so wie sie im Film gezeigt wird, also die ist ja eine sehr inkohärente Figur und man könnte sagen, ja, sie verkabert so oder sie steht für gewisse anarchistische Elemente. An allererster Stelle wäre da zu nennen, also so für sie ist Arbeit kein Wert an sich. Elle refuse aussi la possession de biens. Zweitens, so den Besitz oder Besitz zu haben, das lehnt sie auch ab. Sie ist also nicht materiell. Und sie hält auch nichts von Geld. Ja, und Matthieu, also ihr Liebhaber, oder der es gerne wäre, der bietet ihr auch Geld an, bietet, will ein Haus kaufen. Und sie will, also sie lässt sich davon nicht beeindrucken und auch nicht kaufen. Elle dit à un moment du film qu'elle ne possäde rien und que la seule chose qu'elle possäde, c'est elle-même. Et que c'est pour cela qu'elle ne veut pas se vendre. Und an einer Stelle im Film sagt sie also auch, sie möchte keine Besitztümer haben. Das Einzige, worauf sie Wert legt, ist also sich selbst zu besitzen oder mit sich selbst in Kontakt zu sein. Der Rest ist egal. Enfin, il y a ein Aspekt, disons ein héritage surréaliste dans den Film, c'est son Refus du sens. Ja, und ganz, also direkt, unmittelbar an den Surrealismus anknüpfend ist auch der Satz, wo sie sagt, sie kann auf den Sinn oder Sinngebung verzichten. C'est-à-dire que l'histoire que nous raconte le Film et aussi le Roman qui a l'origine, c'est l'histoire d'un homme qui veut coucher avec une femme. La femme se refuse et elle se refuse en disant qu'elle veut rester vierge parce qu'elle veut rester honnette. Ja, und wie gesagt, jetzt, um nochmal auf den Eingangswänden Roman zurückzukommen, also wie gesagt, das ist ein Mann, der also eine Frau liebt. Die Frau weist ihn aber zurück und sie weist ihn also auch zurück. Und sie sagt, ja, sie will also jung, freulich bleiben und will ehrlich mit sich selbst sein. Mais il existe la possibilité qu'elle mente, c'est-à-dire que le lecteur suppose que, en fait, c'est une manipulatrice qui manipule Mathieu et qui, en fait, n'est pas vierge et a même d'autres amants. Ja, aber dieses, was wir eben geschildert haben, das könnte ja auch gut, sehr manipulativ sein. Also, so, das mit der Jungfernschaft, das ist also ja etwas weit hergeholt. Man weiß nicht so ganz genau, ob sie nicht doch noch andere Liebhaber hat. Et donc, dans le Roman, le personnage masculin, à un moment, il viole l'héroïne. Et en viollant l'héroïne, il constate que, effectivement, elle était vierge. Ja, und es gibt also auch eine Szene in dem Film, wo Conchita vergewaltigt wird. Und in dieser Szene constatiert Mathieu, dass sie tatsächlich Jungfrau war. C'est-à-dire que le Roman se construit autour de cette information, c'est-à-dire la virgité ou non du personnage. Et cette information nous permet de comprendre qui est le personnage féminin et d'avoir une compréhension du personnage féminin. Im Roman, ist es so, dass also diese Figur der Conchita, so, und die Liebesgeschichte, so, um diese ganze Jungfräulichkeit herum, construiert wird auch die Vorstellung von Liebe. Ja, und im Film ist das Ganze viel komplizierter. Also, da gibt's auch eine Vergewaltigungsszene. Ja, und die Vergewaltigung, die wird am Anfang des Films thematisiert und wird zum Schluss des Films nochmal aufgegriffen. Ja, und während man im Roman, also so, so eine eindimensionale Interpretation der Romanfigur haben kann, so kann man das, und das können wir ja auch nach der Filmvorführung vielleicht in der anschließenden Diskussion noch thematisieren, so gibt es also im Film auch durch diese Wiederholung, Szene am Anfang und am Ende, diese Eindeutigkeit, wie es sie im Roman gibt, nicht. Also, und ich glaube, wir können es dann dabei belassen. Und in Frankreich sagt man, also wir wollen jetzt hier keinen Spoiler machen, und wir können das ja dann im Anschluss an den Film diskutieren. Und wir haben uns also genauer an die Zeitvorgaben gehalten. Und merci beaucoup. Miriam, warte kurz. Vielleicht ein paar erste Fragen von mir, und dann können wir uns zum Publikum wenden. Erstens wollte ich dich fragen, Arno, zur Rolle von Mathieu, und vor allem die Verkörperung von Fernando Rey in die Rolle. Er hat in vielen Filmen von Buñuel gespielt. Und man hat das Gefühl, also vor allem in Tristan A und dann auch in diesem Film, dass er irgendwie ein Avatar für Buñuel selber ist. Ja, ich glaube, es ist ein Teil des Filmen von Buñuel. Er hat angefangen tard mit Buñuel, denn er hat angefangen nur von Mbirelidiana in 1961, aber er hat viele Filme, und insbesondere Filme von seiner Zeit, in der Franchise. Und eine Sache, die ich nicht gesagt habe, aber die ist natürlich interessant, ist, dass er da spielt, ein Franchise spielt, und er nimmt einen Spanien für den Franchise. Aber er ist doppelt mit einem anderen Akteur, sehr kennengelernt, und auch habituiert im Film von Buñuel, das ist Michel Piccoli. Ja, also der ist wirklich ein Schauspieler, der eine ganz, ganz wichtige Rolle in den Buñuel-Filmen spielt, also auch ein anderer, den ich vorher vergessen habe zu erwähnen, also ist es ebenfalls Michel Piccoli, und was in diesem Film auch so sehr stark hervortritt, also er spielt zwar Spanisch Spanisch Französ aber er hat gesagt, glaube ich, dass seine Stimme, weil er ein spanischer Schauspieler ist. Ja, ich hatte gerade das bestätigt, ja, und er spielt d'abord einen Akteur in der Franchise und dann er ist doublé für Spanisch. Ja, also er spielt zuerst in Franzosen, also eigentlich spielt einen Franzosen, aber er wird dann synchronisiert auf Spanisch. Ich glaube, also was ich gesagt, weil also du hast gesagt, gesagt, dass er été doublé in Franzosen par Michel Piccoli. Nur in diesem Film wird er halt von Michel Piccoli synchronisiert. Also wir hören die Stimme, wir sehen den Körper von Fernando Rey, einer der größten Schauspieler, die in den Filmen von Bonneville hervortritt, aber wenn wir seine Stimme hören, hören wir eigentlich die Stimme von Michel Piccoli in diesem Film, weil er eine französische Figur spielt und er hat normalerweise einen sehr starken Akzent. Oui, und seulement in diesem Film. Oui, in Le Charme d'Isra de la Bourgeoisie, puisqu'il joue den Räuel d'un ambassadeur d'un pays d'Amérique latine. Là, il joue en français, mais avec son accent espagnol. Et évidemment, Birly Diana, c'est un Film espagnol, donc il joue en espagnol. Et Tristana aussi, donc là, il n'y avait pas de dublage, évidemment. Ja, also, bei dem film, der discrède charme der bourgeoisie, der spielt also einen lateinamerikanischen diplomaten und der behält seinen Akzent und bei den anderen Filmen ist es eins zu eins. Mais dans tous les films, quand on pense à Birly Diana, quand on pense à Tristana, quand on pense même au charme discret de la bourgeoisie, il interprète tout le temps des personnages frustrés, frustrés sexuellement, dans le charme discret de la bourgeoisie, frustrés à un niveau alimentaire, mais il a tout le temps cet emploi chez Buñuel. Ja, aber in allen den drei Filmen, die jetzt erwähnt worden sind, sei es Tristana, sei es der diskrete Charme der Bourgeoisie oder sei es Tristana, da spielt er immer, also hat wirklich so festgelegt auf diese Rolle des frustrierten Mannes, sei es sexuell frustriert, sei es dass er wegen des Essens frustriert, also er ist wirklich auf diese Rolle abonniert. Und er spürt immer in der Rolle eines alten Aristokraten erscheint. Es ist immer jemand, der für Reichtum besitzt, aber trotzdem wird er frustriert mit deinen Wünschen. Ja, das stimmt. Die Logik des Films hat für mich viele Parallelen mit dem blauen Engel von Josef von Sternberg. Und ich wollte wissen, ob es da einen Einfluss gab oder eine Inspiration oder ob Bunuel davon gesprochen hat. Ich habe eine Einfluss direkt oder Bruno hat den Affluence oder Also, jetzt Direkt hat er nicht darüber sich ausgelassen, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es in den 30er Jahren bereits, also dieser anfangs erwähnte Film, Die Frauen, der Hampelmann, der ist ja auch von Sternberg mit Marlene Dietrich verfilmt worden und sicherlich gibt es da Beeinflussungen, die vielleicht gar nicht so sehr artikuliert wurden. Fragen vom Publikum. Und Arno kann auch englische Fragen verstehen. Also, es kommt auf die Frage. Okay, I'll do it in English, then we speed up the process. Thank you very much for your lecture. But I'm not so sure if I agree with a lot of things you've said. And for example, you said that the actions of Conchita are alogical or incoherent. And you also said that she's like an anarchist. And when she's asked what you want, she says, okay, I just want to have a small house and some money, you know. And actually, she's quite coherent, I think, what she's doing. She's not at all, I mean, she's basically, you know, the dominant factor. She's the master, not the servant. She starts out as a maid. But she becomes, of course, the master in the relationship. She's over control and she's in control. And even if she follows him, as we find out in terms of the story, to the train, she knows she still has him under control. He will always, like, follow her. So I find her actions quite intelligent, quite clever. And this is not anarchism. This is realism. This is how you make somebody dependent, how you abuse him. And the funny thing is, and that's another thing you said, that's what you said literally in terms of the translation. You said he finds out that she is a virgin. That is not correct. And he also doesn't rape her. He doesn't rape her and he doesn't find out that she is a virgin. She says so. That's a complete different level. And so what we do find is prolongation of the event of the sexual coming together. And that's typical for SM, sadomasochism and so on. So I think she's quite sadistic and he is the masochist. So this is how I would read it. So this is completely coherent and not incoherent. Also, giving her just this one voice is also making it coherent from the standpoint of the director. I would like to ask if someone needs a translation from the English into German or how do we want to have it in which languages? But have you understood that? Okay, all right, then I don't need to translate. No, it's just the question that I was going to ask and like everyone speaks English, so we don't need to translate that. So, I think there are two things. Effectivement, she can be masochist. In fact, we can't know it. Well, concretely, either she manipulates it and she's afraid of her, or she's sincere and so on the basis of a masochist behavior. Yeah, also, man can that not so eindeutig festlegen. Also, when she really, she had ja auch eine Kontrolle über ihn, sie manipuliert ihn und er verliert ja auch dann an Eindeutigkeit. And in fact, what I wanted to say is that, by rapport to the story of the viol, I don't know how the rest of the public understood, but when we see the first scene at the beginning of the film, when the majordome finds the little hat, when we see the traces of sang on the coussin who doesn't really emphasize the blood that we lose when we see the nose, at the beginning of the film, the spectator can imagine that there is a viol. Ja, also, ich möchte nochmal auf die Anfangsszene in dem Film zu sprechen kommen. Also, dann hat man ja dann das Blut gesehen und das Blut ist meines Erachtens ja nicht unbedingt daher, dass, also, wenn man Nasenbluten hat, sondern man könnte das schon mit einer Vergewaltigung assoziieren, zumal ja auch vorher die kleine, also die die Unterhose gefunden worden und Blutspuren. Und wenn man die zweite Szene, à la fin des Films, on peut penser qu'effectivement, il ne l'a pas violé und qu'elle a seulement saigné du nez. La différence entre la première Szene et la dernière Szene, c'est que la première Szene, on va dire que c'est le narrateur du film qui nous la raconte. La dernière Szene, c'est le personnage qui nous la raconte. Avec, évidemment, le fait qu'il est en train de raconter ça à des inconnus dans un train et qu'il n'a peut-être pas envie de raconter tout ce qui s'est passé et de donner une image trop négative de lui. Mais en même temps, tout au long du film, on sent qu'il y a un décalage entre ce que lui, il doit raconter dans le train et ce que nous, on voit sur l'écran. Ja, also, ich möchte jetzt nochmal auf die letzte Szene in dem Film zurückkommen. Also im Gegensatz zu ersten, das sieht man ja eher nur so die Gegenstände und dann im letzten könnte man sagen, dann erzählt sie das, also man sieht sie in der Szene, aber wenn man dann im Zug so sieht, wie darüber gesprochen wird, dann gibt es ja auch ein Missverhältnis zwischen dem, was man dann so erzählt und dem, was nicht erzählt ist, was nur angedeutet ist und was man sich dann auch als Zuschauer vorstellen muss. Just a brief follow-up. Brief follow-up. Very brief. The old servant, who's working for him, he says, okay, when he picks up her underwear, he says, she wetted her underwear. She peed in the underwear. Now, if you wet your pants, your underwear, it could be the case out of sexual arousal or fear. Yes. So this is, and that's a good point, I mean, in a sense. So it's not clear that this is at this moment then a rape. And I think that's a good choice he's making at this moment, Buñuel. So, and that is again typical for SM or violent sexual preferences that you don't have to have intercourse. You just beat each other up and all that kind of stuff. So for me, that's all the signs are put in that direction. Oui, mais en fait, rien n'est clair dans le film. Autant dans le roman, c'est clairement dit elle était vierge, autant là dans le film, c'est pas c'est pas c'est pas évident. Et même, par exemple, quand on regarde la toute dernière scène du film et qu'on lit les différentes interprétations qui ont été faites par de nombreux universitaires, la compréhension de la toute dernière scène aussi peut aller dans les deux sens. Je vous laisse... que quand il regarde la dentelle déchirée, ça voudrait dire qu'il a toujours envie de coucher avec elle et pour d'autres personnes, la dentelle déchirée qu'on recoue, ça voudrait dire qu'il la couche avec elle mais qu'il serait nostalgique de la virginité du personnage. Donc le fait que plusieurs personnes voient une chose différente à la fin du film prouve que le film justement joue sur cette ambiguïté. Ja, und ich erinnere auch nochmal an die letzte Szene also mit den Spitzen und auch mit den blutigen Spitzen da sagen also einige, die sagen ja also er hat mit ihr geschlafen und es ist also auch diese Sehnsucht nach dieser Gewalt oder das schwingt auch mit und es gibt andere die dann sagen nee, nee da war noch gar nichts sondern das sind nur Projektionen und Vorstellungen. Es gibt hinten eine Frage hier. Danke, ich werde auf Deutsch reden weil ich meine Gedanken so ein bisschen besser sortieren kann. Das bezieht sich auch auf die ganze Jungfräulichkeitsgeschichte für mich schon schlecht wieder darüber zu reden aber ich hatte den Eindruck vor allem der letzten Szene als er da so lüstern auf dieses Stickwerk schaut, das zerrissen ist das ist ja offensichtlich eine Anspielung für den Verlust von Jungfräulichkeit oder die Wiederherstellung dieser und dann ist auch ziemlich klar worum das Gespräch ging hinter der Glasscheibe das wir nicht mitbekommen haben also denke ich gegen Ende des Films ist es klar dass sie keine Jungfräule ist die Frage obwohl sie die verloren hat bleibt aber offen hatte ich den Eindruck ich glaube ich glaube aber ich glaube ich glaube es ist die Freiheit des spectators zu sehen was er will in dem Film ich glaube ich glaube Bunuel hat hat also seinen Zuschauern immer die Freiheit gelassen also das in dem Film oder in seinen Filmen sehen zu wollen was sie sehen konnten was sie wahrnehmen konnten und er wollte nie so seine Sichtweise und auch so eine klare und eindeutige Sicht so dem Zuschauer den Zuschauer aufzwingen Par exemple Jean-Claude Carrière racontait que à l'occasion de Belle de Jour und même après Belle de Jour eine des questions qui revenait le plus dès qu'il rencontrait le public c'était qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte du client coréen dans Belle de Jour puisque vous savez dans Belle de Jour elle est prostituée elle reçoit un client asiatique et le client asiatique lui présente une boîte et le spectateur ne voit pas ce qu'il y a dans la boîte Jean-Claude Carrière hat immer erzählt wenn es so wie jetzt nach den Filmen also zum Dialog mit dem Publikum gekommen ist dass dann die Leute also auch immer wissen wollten und sie erinnern sich ja es gibt dieses kleine Kästchen und es gibt auch diesen asiatischen clienten und man weiß in dem Film man sieht einfach nicht was in dem Kästchen ist et donc on lui demandait tout le temps ce qu'il y avait dans la boîte et la réponse c'était mais en fait dans cette boîte il y a ce que le spectateur veut chaque spectateur peut imaginer ce qu'il veut dans cette boîte ja und es gab keine Antwort dazu keiner konnte sagen was jetzt in diesem Kästchen ist sondern Jean-Claude Carrier hat auch gesagt also es ist in dem Kästchen das was sich der Zuschauer vorstellt was da sein könnte ja und so wie es das Kästchen in Belle du Jour gibt so gibt es hier in dem Film den Sack der ja also auch öfters wieder in mehreren Szenen aufgegriffen wird und erst in der letzten Szene wo dieser Sack vorkommt da sieht man dass es also dieses kapzerrissene Spitzen Material ist Mais finalement le fait de voir ce qu'il y a dans le Sack ça ne résout rien ça donne pas la solution puisque finalement ce qu'il y a dans le Sack c'est à dire la dentelle on peut y voir alors soit le désir de la virginité du personnage féminin ou au contraire la nostalgie de la perte de la virginité donc là encore il y a deux lectures possibles qui font que finalement le spectateur est libre de sa compréhension et le film ne présente pas une lecture unique une compréhension unique ja 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 auch bei dem Sack kann man ja sehr schön erkennen also es geht jetzt nicht um eine konsakrierte Lesart sondern man kann also mindestens zwei Lektüren also einerseits die Sehnsucht nach dem Verlust der Jungfräulichkeit und man kann es aber auch noch anders lesen also mehrere Lektüren lässt es tun ja und vielleicht noch mal eine Frage zur Einstiegsfrage die fand ich auch ganz interessant mit dem Alter Ego von Bunuel was wir immer wieder finden da muss ich nämlich selber eine Wissenslücke schließen ich weiß nur dass ja im krassen Kontrast zu seinem Alter Ego die Rolle die er tatsächlich gespielt hat was man daraus schließen kann eventuell bei napoleoniens ja also es gibt mehrere Filme wo Bunuel selbst in den Filmen auftaucht und spielt zum Beispiel in den Phantomen der Freiheit spielt ein Mönch der dann auch erschossen wird in Belle De Jour auch in Belle De Jour in Belle De Jour rencontre le duc Bunuel ist in einer table a côté und in Belle De Jour also da gibt es eine Szene mit Herzog und da sitzt Bunuel nebendran aber es sind toujours de simples apparitions das nicht wie das was gesagt mit Fernand de Grèce er hat coupé l'oeil in Ein Chien Andalou auch in Ein Chien Andalou die erste scene ist er der die coup l'oeil de Ja und die erste Szene in der andalusische Runde da ist Bunuel derjenige der also das auge aufschneidet aber was vorher schon gesagt worden ist die rollen die Bunuel in seinen filmen übernimmt das sind also nicht die herausragenden protagonisten sondern er ist im film zu gegen also keine tragende Rolle Aber c'est ein jeu de sa part c'est quelque chose qu'il faisait avec tous ses collaborateurs là par exemple dans ce film la première scène enfin une des premières scènes où vous avez une voiture qui explose et que vous avez le banquier qui entre dans la voiture le banquier c'est le producteur Serge Silbermann ja und jetzt wenn ihr seht an die ganz am Anfang scéne also es eine überfall und auch eine explosion und das ist dann der produzent Serge Silbermann der das spielt et la femme qui coult la dentelle à la fin du film c'est l'épouse de Jean-Claude Carrière ja und also nochmal in der Schlussszene mit diesen Spitzen das ist also die Frau die das spielt das ist die erste Ehefrau von Jean-Claude Carrière c'était Augusta ja das ist die heißt Augustin vielleicht eine weitere Frage von mir zu erst und dann von euch also du hast gesagt das war nicht das letzte Projekt von Bunuel aber als letzter Film ist es trotzdem ziemlich geeignet also es hat eine gewisse Finalität eine gewisse das ist ein gewisser Endpunkt worüber man nicht überschreiten kann und besonders mit der letzten Szene würde ich das unterstreichen die die schaut aus von einer auf die allererste Szene oder auf seinen allerersten Film, Der andalusische Hund. Und zwar wollte ich, und das stammt nicht von mir, dass ich da jetzt so einen großen Wert drauf lege, sondern ein Filmkritiker namens Charles Tessant, der hat also auch festgestellt, und gerade bei diesem Ehepaar, das ja also auch so, ja, sich so ein bisschen so als Voyeur funktioniert, dass das schon im andalusischen Hund eine Entsprechung hat. Also diese Szene jetzt in, die letzte Szene in dieses obskure Objekt der Begierde. Ja, und der Unterschied, also wenn man sich diese Szene mit dem Auge im andalusischen Hund ansieht, da wird was aufgeschnitten, da wird etwas verletzt, und in dieser Szene mit den Spitzen, in der letzten Szene, dieses obskure Objekt der Begierde, da wird ja wieder was auch repariert, instand gesetzt, also das Gegenteil von der Anfangsszene. Et d'ailleurs Jean-Claude Carrière raconte, dass Buñuel, après la fin du Tournage, a demandé, a retourné quelques Plans de la Szene, und notamment de la Szene, wo man sieht, dass Jean-Claude Carrière, recoudre, recoudre, recoudre le Tissus. Donc apparemment, c'était vraiment eine image, die le préoccupait beaucoup, und à laquelle il donnait beaucoup d'importance. Ja, und Jean-Claude Carrière hat auch erzählt, dass diese Szene mit den Spitzen, also die wurden nicht so gleich beim ersten Take übernommen, sondern die wurden nochmal gedreht, und das zeigt ja auch, wie sehr Buñuel, also so auch an den Details dieser Szene gelegen war. Ja, also das ist dann eine Art Kreis, Aber die Explosion, für mich... Ja, jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es auch vorbei. Und jetzt sagt er, ja, das ist los. – Oui, voilà, on peut vraiment le considérer comme ça. Mais en fait, le tout dernier scénario, c'est-à-dire celui qui devait traiter du terrorisme de manière principale, comme thème principal, il a été écrit avec Jean-Claude Carrière et il a même été publié. Mais apparemment, Buñuel n'avait pas très envie de le tourner. – Oui, et ce n'est pas ce qu'il a dit, et c'est-à-dire que jusqu'à ce livre, il y a eu un livre entre Jean-Claude Carrière et Buñuel sur le terrorisme, mais ce n'est pas un film d'aujourd'hui. – Mais avec Buñuel, c'est difficile de savoir exactement, puisque à partir du journal d'une femme de chambre, il annonçait dans la presse à chaque fois que c'était son dernier film. – Et puis bon, c'était de l'humour, mais en même temps, on sait que le charme d'Israël de la bourgeoisie, ils ont dû vraiment insister pour qu'il le tourne, même une fois que le scénario était écrit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, celui-ci était vraiment à deux doigts d'abandonner le tournage et de ne pas le terminer. – Oui, mais comme je disais, que les films ont été faits après les précédentes dres bûches, ce n'était pas toujours à l'écriture. Il y a eu des difficultés, ou il y a eu un rêve, un handau à la bourgeoisie, et ce n'était pas assez simple. Et en même temps, pour le tout dernier projet, c'est-à-dire l'adaptation de Lorca, quand on lit la correspondance de Buñuel, on voit qu'il y avait eu un contact pris, et même un contact sérieux, avec Carlo Ponti, qui était le producteur et le mari de Sophia Loren. Et puis même Angela Molina raconte aussi qu'il lui avait parlé à plusieurs reprises du projet, et qu'apparemment, il avait l'air très enthousiaste. Donc on ne sait pas exactement… – Oui, et gerade ce dernier projet, la filmation de Garcia Lorca, et là, Carlo Ponti était le producent et c'était aussi le damalige Ehemann de Sophia Loren et il y a eu et il y a eu une Correspondence et Jean-Claude Carrière a dit, que c'était très difficile. – Michael ? – Je dois peut-être encore une possibilité d'utilisation, si je le micro est en place. – Ok, bien. – Je suis déjà un micro. – Et puis Michel. – Je pense que c'est pas ça, c'est le dernier film de Manuel, parce que c'est un film d'un film de la histoire d'un film de la histoire. – C'est très bien passé dans la histoire. Et en ce sens, c'est intéressant, que il n'y a pas vraiment parallèle, mais il n'y a plus une sorte d'un film de la histoire d'une nuit, où il y a quasi l'Obschub durch das Geschichtenerzählen erzeugt wird. Und hier ist es eher, dass der Aufschutz selbst, also quasi das Verwehren von Geschlechtsverkehr, quasi die Geschichten erst auslöst, eben um die Zeit von der Zugfahrt zu überbrücken. Ich kann es erzählen, und es ist nicht so, dass wir keine Sexuelle-Relationen haben. Hier, im Film. Ja. Es ist etwas, also das, dass wir eine Geschichte erzählen, und zu hinterfragen, die wahrzune Geschichte von dem Charme des Charmes, die die Menschen erzählen, das ist eine Struktur scénaristische. Ich denke, dass ihr die letzten Filme des Buhnuelles gesehen habt, das ist etwas, die in den Charme des Charmes, die von der Bourgeoisie erzählen, die Menschen erzählen, und die, eventuell, an dem Ecrans, und man sich in Frage, die Wahrheit erzählen, die sie erzählen, Und auch in »Le Phantom de la Liberté«. Das ist eine Sache, auf die Bunuel hat viel gearbeitet in den letzten Szenarien mit Jean-Claude Carrière. Es zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die letzten Filme von Bunuel, wo ja oft das Drehbuch mit Jean-Claude Carrière geschrieben worden ist. Und wo die Arten des Erzählens, wie man Geschichten erzählt und was man erzählt, sehr stark hinterfragt wurde. Ich finde gleichzeitig wird aber deutlich, dass man das Erzählen nicht stoppen kann. Also es geht eigentlich immer weiter, nur durch jetzt behelfsmäßig mit einer Explosion kann man erst vielleicht so ein Ende setzen, was aber wirklich eigentlich kein Ende ist, weil es quasi immer weiter geht. Ja, also in den letzten Filmen, also so die Lust am Erzählen ist auch charakteristisch. Ich interessiere mich auf die Möglichkeit, eine politische Interpretation von diesem Film. Am Anfang gibt es diese großartige Explosion. In der Silbermann in die Luft gejagt wird und es steigt ein riesiger Rauchwerk auf. Und ich glaube in den letzten Jahren des Franco-Regimes, da gab es ein erfolgreiches Attentat auf einen Minister. Ich glaube, er hieß Carrero Blanco, der in die Luft gejagt wurde. Aber es gibt so eine Dialektik zwischen Frankreich und Spanien. Das heißt, in Frankreich steht das Ende des Franco-Regimes bald bevor, während in Frankreich eine andere Art von politischem Kampf stattfindet. In Frankreich findet eine andere Art von politischem Kampf statt, aber beides ist miteinander verbunden. Aber auch die Begegnung zwischen den beiden Protagonisten ist ja eine Begegnung zwischen Bourgeoisie und, man könnte sagen, Lumpenproletariat. Und am Ende scheint der Klassenkampf sich gegen die Bourgeoisie zu entscheiden. Das heißt, die Bourgeoisie ist alt, die Bourgeoisie ist kurz vor dem Abtreten. Und es gibt ja auch einen Film von Antonioni, also Saprisky Point, der mit einer ähnlichen Explosion dann endet. Deswegen frage ich mich, ob der Film in dieser Richtung auch aus der Situation der 70er Jahre politisch interpretierbar ist. Wie kann man Interpréter, in den Konten, in den Konten, in den Konten, in Europa, in den 70er Jahren, in den 70er Jahren, in den 70er Jahren? Ja, also man kann das jetzt nicht so direkt eins zu eins, Politik und Film setzen. Also, Bonoel hat sich mit dem Phänomen Terrorismus beschäftigt. Und man sieht ja schon in der Milchstraße, da gibt es auch schon ein Attentat, ein Attentat, das auf den Papst verübt wird. Und das Thema wird von der letzten Szenario, in der letzten Szenario, wo es nicht gespielt hat, wo es die Hauptspersonalte sind, wo es die Hauptspersonalte sind, wo es die Hauptspersonalte ist. Mais quand il s'est exprimé sur la question, lui, il pensait davantage à son passé surréaliste, puisqu'il disait qu'André Breton avait dit à l'époque que le geste le plus surréaliste qui soit, ce serait de prendre une arme et de tuer tout le monde sans aucune justification. Et face à tous les événements que vous avez évoqués, c'est-à-dire l'ETA, en Espagne, par exemple, lui, il repensait beaucoup à ce qu'avait dit Breton et justement lui, il disait qu'il avait du mépris pour les terroristes qui commettaient des actes terroristes au nom d'une idéologie ou d'une demande politique. Et, ja, und wie gesagt, er hat also auch terroristische Bewegungen wie die ETA in Spanien, also die hat er auch immer so mit an dieser Messlatte des Surrealismus gemessen und hat dann auch festgestellt, dass solche terroristischen Bewegungen, also die ja auch im Namen einer Ideologie verübt, also diese ganzen Attentate dann verübt worden sind, dass sich da auch eine Menschenverachtung dahinter versteckt oder teil ist. Ja, just briefly to follow up on Michael. That's the Frage. That's the Frage, last question. Okay. It's getting late. Of course, violence and explosions and attentat and so on can be used by the right wings, the reaction, they can be used by them. Now, the last thing we hear is the music by Wagner and that's the Valkyr, that's the strong woman. It's not Tristan and Isolde, it's Valkyr. Nietzsche is the admirer in the beginning of Wagner and his old servant says to him, to Mathieu, you have to beat the woman. And he repeats it even later, women are full of shit and blah, blah. So, the first reaction of Mathieu to what the old servant tells him is, no, no, I don't believe in that, this is bullshit. Once he beats her, she follows him. Right? So, and that is in alignment, so to speak, with the right wingers beating back. So, the revolution is not just the story of the Arbeiterklasse, the Lumpenproletariat or whoever fighting, but obviously the story of the reaction too. And I think he's very much aware of this. So, the stupidity of the horrible kidnappings and killings and explosions, I think it's very clear to him in this film. He doesn't believe in violence anymore and fighting back. Oui, d'ailleurs, sa position politique, quand il était jeune et quand il appartenait au mouvement surréaliste, c'était une position assez claire et c'était une position anarchique. Ja, also, wenn man nochmal in die Jugendjahre zurückgehen und so, als er noch sehr nahe und eng mit dem Surrealismus verbunden war, dann kann man bei ihm eher so eine Tendenz zum Anarchismus und eine Nähe zum Anarchismus entdecken. Mais ce n'était plus du tout sa position à la fin de sa vie. Ja, aber am lebensende war das, aber weiß Gott nicht mehr seine position. A la fin de sa vie, justement, il dénonce toutes les confusions idéologiques et il le dénonce avec humour, puisque, bon, quand vous voyez dans le film, le nom des groupes terroristes, ce sont des groupes absolument ridicules et donc il dénonce là cette confusion idéologique qui fait que finalement les gens n'ont plus vraiment une position politique noble. Ja, et am Ende, und das sieht man ja auch in dem Film, da denunziert er ja sowas wie eine ideologische Verwirrung, also da gibt es keine klaren Unterscheidungen mehr und er macht sich ja auch lustig zum Teil über diese terroristischen Bewegungen, allein schon durch die Namensgebung. Est-ce que c'était le manque d'humour parmi les générations plus jeunes de la gauche, de l'extrême gauche des années 70 qui l'a détesté? So war es die mangel an humour, die humorlosigkeit des extrêmes linkens des 70er-Jahres die verursacht hat, dass er sie verachtete? C'est eine question? C'est eine question! Oui, je pense qu'à la fin de sa vie, il voulait vraiment échapper à toute récupération politique et il voulait vraiment... Il voulait, disons, s'éloigner de ses positions politiques et vraiment très tranchées qu'il avait eu au début de sa vie, enfin au début de sa vie, au début de sa carrière. Also, gegen Ende seines Lebens hat er sich also auch sehr gegen politische Vereinnahmen gewehrt und er wollte auch nicht so klar und eindeutig mehr Stellung beziehen, sondern hat sich da auch drüber zum Teil lustig gemacht. Also, vielen Dank nochmals zu Anne-Marie, zu Frau. Merci à vous. für den Vortrag und das Gespräch nachher. Ja, das war's. Das war der letzte Bunuel. Aber wir sehen uns hoffentlich nach der Sommerpause am Oktober für die neue Lecture- und Filmreihe zu Satyajit Ray. Bis dann. Ja, bravo.